Willkommen zu diesem Video. Ich lasse heute erst eine Stunde lang mein komplettes Leben bestimmen. Ich habe richtig Angst und ich hoffe, dass er nachher mein Handy durchsuchen möchte. Ich habe da mir was richtig krasses vorbereitet. Aufgabe 1. Geht zu Mama, geht mein Kuss auf die Wangen und dann streie ich sie an. Mama, komm mal was her. Wie bitte? Komm mal was her. Nein. Wagen ist vor dir. Umarmung. Nein. 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 Mua. Mama. Wuuuuh. Oh. Du hast du was. Geh weg. Geh weg. Geh raus. Am besten da in den Schnee nicht abkühlen. Ey Max. Einmal bitte in den Schnee, oberkörperfrei. T-Shot raus, T-Shot aus, ab in den Schnee. Wir sind erst bei... Wir sind in den Schnee. Wir sind... Seit drei Minuten machen wir... In den Schnee. Ich bin auch halb krank. Gar kein Thema, ne? Ja, passt. Ist egal. Oh mein Gott. Oh mein, es regnet sogar. Und ich komme nicht weiter, weil ich jetzt alles nass. Soll ich mich inlegen oder was? Ja. Auf den Bauch, auf den Bauch. Oh, okay. Reicht. Nein, Max. Ich... Nimm sie mit... Oh. Mein Lippen. Ich kriege es auf meinen Nacken weg. Ich habe mich wieder gewonnen. Vier Minuten sind erst um und ich habe noch eine ganze... Ich habe quasi noch eine ganze Stunde vor mir. Das geht da hinten los, weil ich saß euch. Papa, Schnee in den Nacken stecken. Wo ist Mama? Max, hopp ab jetzt. Im Ernstchen, jetzt kann ich nicht mehr. Vorher reingehen. Vorher gewöhnen kurz. Nämlich, hast du den Schnee eingesammelt? Ich bin ganz einfach nicht sauer. Ich habe gerade alles aufgeworfen. Nee, dann kriege ich das in den Nacken. Nein. Mach mal Mama. Vor dem musst du einen Abstand halten. Wie jetzt? Ich gehe den Schnee einsammeln. Habe ich gemacht. Hier, dann. Bist du jetzt fändig oder was? Geht's weg. Max, ich warne dich erst jetzt. Ich wusste den Schnee... Ist okay. Übertreib. Schmeiß es nicht auf meinen Teppich. Geht's weg. Mann, hau ab. Ich kann nicht noch irgendwas machen. Was wird dir nicht so eh gelosen? Max, mich nervt es jetzt. Im Ernstchen, jetzt. Fakt ist, mach das so schmutzig. Dann findest du lustig. Das wäre so gut, ne? Das machen, das gefällt mir. Mein ganzer Nacken ist kalt. Geil. Geil. Du bist hier frei. Mach weiter, mach weiter. Mach weiter. Ich sage, ich darf da raffen. Kissen, runterschmeißen. Kissen, runterschmeißen. Kissen, runterschmeißen. Kissen, runterschmeißen. Kissen, runterschmeißen. Nummer eins. Na? Nummer zwei. Das sind meine Kissen. Ach echt? Beschwer dich bei mir. Nicht bei mir. Ich kann nichts dafür. Ich bin eine Stunde lang erst Dina. Also in einer Stunde ist wieder alles okay. Merkst du gleich, was ich mache? Weißt du was? Ich rede mit dir nicht mehr. Was lachst du? Mama, wir haben ja neue Teppiche, ne? Wir haben hier neue Teppiche und ich habe auch neue Teppiche. Max, zieh dir mal Schuhe an. Zieh dir mal Schuhe an. Nein, auf keinen Fall. Hör mal, hör mal, hör mal. Hör mal, hör mal. Hör mal, hör mal, hör mal. Mächste, geh mal nach oben. Chrissi, ne? Oder was? Ja, oder? Mach mich da mit sauber. Alles, bis auf den letzten. Ja, ich bin schon dabei. Mach Spaß, ne? Ist schön, so einen persönlichen Dina zu haben, oder? Oder wie ist das? Ja, cooles Gefühl. Sollen wir das auch mal andersrum machen? Schreibt bitte her schon gerne in die Kommentare, wenn wir das andersrum auch noch mal machen sollen. Nächst, ein bisschen rücken, was halt jetzt doch hier. Ja, ist gut so, oder? Ja. Das ist die schlimmste. Ah, Schnee im Nacken. Das ist ja untergerutscht, das. Schlimmste, das war ich meines Lebens. Okay, fertig. Jetzt, du hörst, du trinkst weiter, weiter trinken, weiter trinken, weiter trinken, weiter, immer weiter, immer weiter trinken. Immer weiter trinken, Max. Oh, shit. Chrissi, sorry, das war ich nicht. Nicht wundern, hier hat er das verstehen gegeben, dass ich mit dem Wasser im Mund immer Chrissi abspucken soll. Nein, ich will nicht weg. Chrissi, lass mich rein. Warten, bis du wieder normal bist. Normal. Max, du darfst jetzt nichts mit diesem Wasser wachen. Max, du musst mir jetzt ein Parfüm geben. Geh mir an, nimm mal. Wie gut, das nehme ich. Nein, nicht das, nicht das, das ist neu. 47 Minuten noch. Ja, du musst mich jetzt füttern. Max, damit fütterst du mich jetzt. Aber ich will mich in der Sennart nicht. Dürfst du massieren tatsächlich jetzt einfach mal? Nein, es gibt es nicht. Es gibt es nicht. Nein, nein, Max, nein. Soll ich da rein schieben? Mach mal, ah. Du kannst dich selber essen, oder was? Soll ich noch vorkauen? Das Stück war so geil, da war noch so ein richtig Fan-Schokolade-Schüttel drin. Ja, willst du das essen? Geil. Max, nimm dein Handy. Geh im Schlafzimmer. Was soll's? Was? Außenwärtschaff. Das ist kacke. Ich lasse die wieder, ich lasse... Warum denn die... Nein! Es geht aber schnell. Es schneit. Draußen liegt es Schnee, es regnet. Mäckchen mal ist geil, ist geil. Stehen bleiben, sofort einfrieren. Einfrieren. Ja. Wenn ich stehen bleiben, einfrieren, Mund auf, runter. Mund auf, runter, Augen zu. Er bekommt ein Herbst. Mund auf, runter, Augen zu. Mund auf, runter, Augen zu. Nimmst jetzt mehr ein Ding in deinem Mund. Mund weiter auf. Ich will nicht wissen, wie viele Vögel dahin gekackt haben. Ah! Das ist braun. Der Schnee war braun. Das ist einfach ein bisschen braun. Das ist ein brauner Fleck. Alter, danke für nichts. Oh, hi. Es läuft noch. Mäckchen, du musst jetzt klären, dass wir wieder reinkommen. Alles klar. Ich muss mich nennen holen. Was? Was? Nein, Mami, ehrlich, es gibt keine Aufgabe. Alles ist abgeschlossen. Mami, es gibt keine Aufgabe. Ich schreit rein. Es gibt keine Aufgabe, ehrlich nicht. Ich soll nichts machen. Einfach in mein Zimmer. Wir wollen in mein Zimmer. Zimmer rein. Ja, wir räumen auf. Ich hab Durst. Mieseste Stunde meines Lebens. Merkst du, letzte Aufgabe? Zehn Minuten, dann bist du fertig. Jetzt hab ich fertig. Also zehn Minuten, go. Du hast jetzt zehn Minuten lang mein Handy. Danach bin ich befreit von deinen Diensten, okay? Urlaub buchen. Der muss sich in Urlaub. Portugal? Nein. Was? Fünf? Nein. Du willst hier ja jetzt von den zehn Minuten Urlaub buchen. Doch. Weißt du, was was kostet? Ja, und? Ja, wie, was dir? Das ist ja deutsch. Ist ja meins. Du hast die Preise gesehen. Wer kommt denn mit? Du? Ich? Chrissy. Wie zu dritt? Ja. Im chilligen Urlaub zu dritt. Sag ich auch, Sponsor. Aber das ist noch kein fünf ständes Weg, nämlich. BTF? Ja, 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 das nehmen wir. Ja, das nehmen wir, Max. Wie schnell ging das denn? Oh, die wird mir eine Massage. Nee, die ist zu alt. Die nehme ich. Ja, Max, das macht, das ist das, was. Ja, dann drückt da oben auf zu den Angeboten. Oh mein Gott. Das ist ehrlich geil. Oh mein Gott. Mit Portugal waren wir uns übrigens auch nicht so ganz sicher. Kommentiert jetzt Reiseziele. Ich gebe auf jeden Fall aus. Der Sommer kann kommen. Amazon. Das kann nicht gut gehen. Darf ich, kann nicht, darf ich gar nichts machen, was, iPad neu. Wieso willst du ein neues iPad? Gibst du schon ein, 2024, ne? Sehr, sehr gut. 1295 Euro, viel willst du ein iPad haben? Du brauchst kein iPad. Schule. Ja. Weißt du, was ich für die Schule brauche? Weißt du, wie viele Kornisch-Block ich dir davon kaufen könnte? Ja, ja. Runtergesetz von 1500 auf 1300. Schnäppchen. Ist das ein Schnapper? Ja, ja. Jetzt kaufen? Jetzt kaufen. Vielen Dank. Der hat bestellt. Morgen? Ah, was? 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 Das kommt morgen an, wie geil. Das wird es nicht zurückgehen können. Du willst jetzt noch nicht mehr noch. Also, nee, also. Äh, äh. Hast du noch gezogen oder so? Bei dem, was du da machst, da, da, sag mal. Sechs Minuten noch. Ähm, das ist zu viel für mich. Nur da was sagen. Ich dachte mir so, yo, ganz entspannt mach ich mal erst so, lass ich mal erst so eine Stunde mein Leben kontrollieren. So, ganz entspannt. Ich dachte nicht, dass da Air Force machen wir. Ja, ich brauche Air Force für Urlaub in den Warenkorb. Bei Paypal bleibst du doch eh gleich hängen. Hast du nichts bestellt. Ja, du wirst das eingeben, wirst du. Dein Arsch, wird mir das kaufen jetzt. Ah, jetzt hier. Kasse. Also, entweder wir geben jetzt alles ganz in Ruhe ein und du verlierst massig Zeit. Ich hole die. Ich kann gerade gar nichts, Leute, ich kann gerade gar nichts zeigen, weil er gibt das gerade wirklich ein. Adresse, Telefonnummer. Weitere und Paypal. Kriege ich das Geld wieder von dir eigentlich? Hast du dir gesagt ja? Nein. Merkst du, kriegst du es aber wieder, weil ich habe mir gerade ein iPad geholt. Tut mir ein bisschen leid. Also, das ist noch zwei Minuten lang Zeit, irgendwas zu machen. Wir haben ja noch ein bisschen mehr. Schon süß, oder? Ja. Das bist du ein Video von dir. Das habe ich gesucht. Ach so. Deswegen habe ich mich gefragt, wo die Szene ist. Ah, jetzt hast du sie. Perfekt. Oh mein Gott. Ja, ich habe mich gefragt, komm, die wieder nicht da ist. Ich habe mit meinem Handy was für sein Video aufgenommen. Ja, okay, mach weiter. Für den Fall, dass ich erst mal Handy haben möchte, ich bereite dir jetzt was vor, was richtig heftig ist. Und zwar, Leute, wir haben hier oben so einen Schwangerschaftstest. Den machen wir jetzt ganz kurz. Wir machen ihn aber so, dass das Ding positiv sein wird. Sodass Ash, wenn er das sehen sollte, also ich hoffe, er sieht das, ne? Dass er dann denkt, dass Chrissy schwanger ist und der Onkel wird. Dem Karton, hier steht nirgendwo drauf, dass das Ding ein Prankartikel ist. Hier steht sogar über 99% Genauigkeit und so ein Krams. Also einfach reinmachen. 20 Sekunden warten. Sind zwei schon? Ja. Ja. Ich bin so. Das habe ich mir gewünscht. Ich probiere das Ganze einmal aus, meine Handyuhr quasi zwei Tage vorzustellen. In der Hoffnung, dass gleich das Bild gleich auch vor zwei Tagen quasi. Ich hoffe, man verstehe, was ich meine. Fotos fertig. Dann lässt du mal ganz kurz ein, dann seht ihr das ein bisschen besser, wie es aussieht. Ich stelle mein Handy jetzt zurück. Oder belässe ich es jetzt so? Und jetzt? Ne, ne, jetzt auf Einstellungen. Jetzt machen wir die Zeit wieder richtig. Zur Zeit ist es richtig. Gehen wir auf Galerie wieder. Und jetzt? Wieder heute? Nein. Es hat geklaut. Es hat geklaut. Es sieht jetzt so aus, als hätten wir vor zwei Tagen das Bild gemacht. Nein, das darf man nicht sehen. Warte. Was ist das? Warte, kannst du das? Warte, kannst du das? Mach Galerie vielleicht auch nicht. Bilder? Und was ist das? Warte, kannst du das? Kann ich das kurz erfahren? Ich muss das Bild kurz löschen. Sag das jetzt. Kann man das nicht ausblenden? Sag das jetzt. Kann man das nicht? Warte, ich muss das ausblenden. Ich will das mal wissen jetzt. Sag das mal bitte. Heilige Makrele. Bitte. Kannst du das überhaupt sagen? Heilige Scheiße. Heilige. Heilige. Ich will das auch wissen. Warte, ist das cool? Ist das cool? Ja. Ist das gut? Ey, wo hast du das? Kriegen die Zuschauer das zu sehen? What the flip? Nein. Ich will das mal wissen. Was sehe ich hier? Was? 3, 2, 1. Okay, Timer ist beendet. Was ist denn? Könnt ihr mir das mal sagen? Nein, das können wir dir nicht sagen. Ich zeig's dir ganz kurz, okay? Was müssen wir rausschneiden nachher? War das echt? Ja, also war das echt? Ist du schwanger? Ja, du musst eine Live-Reaction zeigen. Glaube ich jetzt nicht. Herzlichen Glückwunsch für das Oma. Nee. Herzlichen Glückwunsch für das Onkel. Max, du pranks mich. Ich hab bis eben geglaubt, ne? Ich hab bis eben geglaubt. Ja, ich hab's auch bis eben noch geglaubt. Wir brechen ab. Bis zum nächsten Mal. Ciao.